Guten Morgen von unterwegs nach Marseille. Ja, wie ihr seht, wir sind noch hinten auf dem Meer. In Marseille werden wir erst so gegen 12 ankommen und wir haben den Tag heute schon womit ich gestartet mit dem Frühstück auf der Kabine, wie ihr gesehen habt. Sprich, haben wir dann schön mit auf den Balkon genommen. Ja, das ist so eine kleine Auswahl, die man da bestellen kann. Das ist also natürlich nicht so reichhaltig, sage ich jetzt mal, wie wenn ihr ins Buffet-Restaurant geht oder auch ins Bedienrestaurant, wo ihr euch ja auch Eierspeisen und sowas liefern lassen könnt. Aber das ist schön, um einfach erstmal ganz gemütlich einen kleinen ersten Snack zu nehmen. Wir gehen dann später nochmal kurz vorm Landgang quasi ein bisschen ausgiebiger frühstücken, denn das Frühstück gibt es im Buffet-Restaurant ja noch länger. Und von daher war das eine ganz schöne Sache so, weil wir eben heute Morgen noch auf See sind. Ja, und dann schauen wir mal, was uns in Marseille so erwartet. Wir kennen Marseille ja schon und so ganz viel Zeit ist nicht. Wir werden also wahrscheinlich auch nur wieder ein bisschen dort am Alten Hafen spazieren, denn das ist dort sehr schön. Es gibt Shuttle-Busse, die uns da hinbringen, weil wir doch sehr weit außerhalb liegen. Ja, und dann gucken wir einfach mal und lassen uns schreiben. Und ich nehme mich natürlich wieder mit. Musik 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 Him Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020